Okay, los! Viereckig ist es und da kann man halt Brot rein, weil es nicht schimmelt. Ein Brot rein geben und dann den Deckel drauf, damit es nicht schimmelt. Dann tut das Brot nicht schimmeln und dann kann man es bis morgen oder bis übermorgen behalten. Und dann schmeckt es immer noch so frisch. Und hinten hat es so Streifen. Rinsen drinnen. Und wenn man das aufmacht, dann kann man so das Brot schneiden. Das ist wie ein Schnarrsbrett. Ein Deckel. Und da kann man umdrehen und dann kann man da ein Brot geben und dann zuschneiden. Was ist das? Und so gewinnen sie. Das gesuchte Produkt auf servusmarktplatz.com. Finden und auf Facebook teilen. Ihr Online-Shop für Gutes von daheim.